Hallo zusammen, in diesem Video stelle ich euch den Homematic IP Rollladen-Aktor in der Unterputzvariante vor. Dabei gehen wir darauf ein, wie ihr diesen verkabelt, wo ihr ihn einsetzen könnt und wie ihr ihn später in der CCU konfiguriert. Der Rollladen-Aktor ist ein klassisches 230 Volt Gerät, welcher permanent mit Spannung versorgt werden muss. Aus diesem Grund wird der Aktor in eure bestehende Hausverkabelung integriert. Hier auch schon der erste wichtige Hinweis, bei der Auswahl des Installationsortes achtet auf jeden Fall auf die Schutzart des Gerätes. Der Hersteller gibt die Schutzart mit IP20 an, was bedeutet, er ist gegen grobe Schmutz als auch Staubpartikel geschützt. Weder gegen Spritzwasser noch Feuchtigkeit, achtet auf jeden Fall darauf. Zur Schaltleistung, der Aktor hat eine maximale Schaltleistung von 500 Watt, bedeutet euer Rollladen-Motor, wenn er ansteuert, darf nicht die 500 Watt überschreiten. Weiterhin kann der Aktor auch zur Markisensteuerung verwendet werden, da das Prinzip ja dasselbe ist. Zur Punktreichweite auch der Hinweis, dieser ist laut Hersteller mit 180 Metern auf dem freien Feld angegeben. Ich hatte es bei mir mal getestet im Haus, also ich hatte keine Probleme mit der Kommunikation, muss aber auch dazu sagen, ich habe auch noch einen Access-Point dazwischen geschaltet. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Der Aktor ist mit einer CCU 3 als auch mit einem Access-Point kompatibel. Bevor wir jetzt zur Stromverkabelung kommen, hier der Hinweis. Alles, was ich euch jetzt zeigen werde, beruht auf Basis der Anleitung des Herstellers und ist weder eine Handlungsempfehlung noch als Anleitung zu sehen. Ich zeige euch nur, wie ich es bei mir umgesetzt habe. Denn bedenkt, es handelt sich hier um ein elektrisches Gerät. Es kann zu Personenschäden kommen, als auch zu Sachschäden, bis hin zum Tod kann das Ganze führen. Entsprechend, klare Empfehlung, der Elektriker eurer Wahl kann die Installation fachgerecht durchführen. Wenn ihr es selbst macht, handelt ihr auf eigene Gefahr. Und jetzt kommen wir mal zur Verkabelung. Damit ich euch die Verkabelung besser zeigen kann, machen wir das Ganze einmal schämhaft bei mir am Schreibtisch, bevor ich den Aktor dann in meinem Rollladenkasten einbaue. Insgesamt verfügt der Akte über sechs Eingänge. Diese sechs Eingänge sind alle unterschiedlich beschriftet, wie ihr sehen könnt. Und wir fangen jetzt hier vorne links an. Auf der 2 wird der Rollladenmotor eingesteckt, also das Rollladenmotorkabel, welches dazu dient, den Rollladen hochzufahren. Auf der 1 wird dann das Motorsteuerkabel eingesteckt, um den Rollladen herunterzufahren. Als nächstes haben wir dann das L, das ist in Deutschland typischerweise der Außenleiter. Der Außenleiter ist das spannungsführende Kabel und je nach Alter eurer Verkabelung ist es entweder braun oder schwarz isoliert. Habt ihr eine andere Kodierung bei euch, müsst ihr natürlich selbst wissen, wie ihr es anschließt. Als nächstes hätten wir dann das N. Das N ist in Deutschland bzw. Europa der Nullleiter und der hat typischerweise die blaue Isolierung. Jetzt haben wir hier noch zwei Eingänge, das ist einmal S1 und S2. Diese Eingänge dienen dazu, falls ihr einen Wandtaster verbaut habt, diesen daran anzuschließen. Da ist es dann so, dass der Wandtaster, welchen ihr betätigt, um den Rollladen herunterzufahren, auf die S1 gesteckt wird. Und der Wandtaster, um den Rollladen hochzufahren, ist ja ein Taster, wird dann auf die S2 gesteckt. Jetzt gehen wir mal hin und verkabeln das Ganze gleich mal. Da ist auch noch wichtig zu wissen, wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, wie lang sollen denn die Kabel sein, die ich da einstecke. Und das finde ich eigentlich ganz cool gelöst von Hermetic. Wir haben hier dieses kleine Symbol, was ein abisoliertes Kabel darstellt und rechts nebendran, ich hoffe man kann es lesen, steht 8 mm. Das bedeutet, ihr müsst die Kabel 8 mm abisolieren und da einzustecken. Ich hoffe man sieht es auch, da ist eine Vertiefung. Ich habe mal ein paar Kabel vorbereitet. Wenn ich jetzt ein Kabel habe, was zu lange ist, seht ihr, das steht über und das sollte ich auf jeden Fall nicht verwenden. Ein passend abisoliertes Kabel passt perfekt in die Vertiefung und wie ihr sehen könnt, kann ich es auch so ein bisschen drehen. Und da wisst ihr, okay, das Kabel ist lang genug. Jetzt stecke ich das mal ein und angenommen, ich würde jetzt den Rollladen Motor einstecken, da ist es wichtig, das Kabel fest genug einzustecken und wann es tief genug drin ist, löst es sich auch nicht mehr raus. Und wie ihr auch gut erkennen könnt, seht ihr hier kein blankes Kupfer mehr. Das ist ganz wichtig, denn habt ihr blankes Kupfer, kann der Strom überspringen, es gibt Kurzschlüsse etc. Also hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch das nicht zutreibt, beziehungsweise das ist auch keine Handlungsempfehlung oder Anleitung, geht an den Elektriker eures Vertrauens, der kann das auf jeden Fall fachgerecht alles installieren. Ich stecke jetzt hier mal weiter die Kabel mit ein, also das Kabel für den Motor, um ihn runterzufahren. Dann als nächstes kommt der Außenleiter und der Nullleiter. Wichtig hierbei, der Akter verfügt über kein Steckplatz für eine Erdung. Das ist typischerweise das grün-gelbe Kabel, das müsst ihr anderweitig durchschleifen. Da seht ihr es auch nochmal und das ist wichtig, geht an den Elektriker, der kann es auf jeden Fall fachgerecht anschließen. Dann gehen wir jetzt mal zur Konfiguration und ich zeige euch mal auf Basis eines Bildes, wie bei mir die Installation aussah. Nachdem ihr den Akter verkabelt habt und diese mit Spannung versorgt wird, befindet sich der Akter drei Minuten lang im Anlernmodus. In der Zeit könnt ihr über die CCU den Akter anlernen. Wie ihr seht, habe ich das hier schon getan. Alle, die nicht wissen, wie es geht, ich blende oben rechts mal ein Video dazu ein. Dann konfigurieren wir den Akter über Einstellen und dann haben wir insgesamt acht Kanäle, die wir konfigurieren können. Im Channel 0 sind typischerweise die zyklischen Statusmeldungen, da gehe ich nicht näher drauf ein. Ich gehe hier auf den unteren Bereich ein und beginne mit Längen und Breitengrade. Habt ihr diese Längen und Breitengrade in der CCU hinterlegt, zieht sich der Akter diese automatisch. Wenn nicht, müsst ihr die händisch eintragen. Warum sind die wichtig? Auf Basis der Längen und Breitengrade wird die Astro-Funktion bestimmt. Die Astro-Funktion sagt aus, wann geht die Sonne auf und wann geht die Sonne unter. Würde ich jetzt hier beispielsweise Australien eintragen, würde wahrscheinlich nachts meinen Rollladen denken, oh Sonnenaufgang, ich gehe mal auf. Also seid ihr genau. Dann ist die Checkbox gesetzt mit dem automatischen Umstellen zwischen Sommer und Winter Zeit. Finde ich super, ich würde es vergessen. Entsprechend würde der Rollladen entweder eine Stunde zu früh oder zu spät hochfahren, wenn ich diese Checkbox nicht setze. Und dann haben wir hier noch den Punkt Routing aktiv. Ich finde es super, dass der Akter das unterstützt. Angenommen, der Akter würde eure CCU nicht erreichen. Ihr hättet aber ein Access-Point zum LAN-Router umgewandelt. Würde der Akter versuchen, über diesen Access-Point die CCU zu erreichen, also lasst es auf jeden Fall aktiv, kann es zu eurem Vorteil sein. Dann haben wir hier den Kanal 1 und 2, das sind die Taste-Eingänge. Auf dem Akter war das Beschrifte mit S1 und S2. Hier könnt ihr definieren, wie soll denn der Akter reagieren auf kurze und lange Tastendrucke. Was ist ein kurzer Tastendruck bzw. macht er? Drücke ich nach oben einmal kurz, würde der Rollladen die Endposition anfangen, also beispielsweise komplett geöffnet. Nach unten komplett schließen. Ein langer Tastendruck wiederum bedeutet, ich drücke die Taste, halte sie gedrückt und der Rollladen fährt so lange in die Richtung, bis ich die Taste loslasse. Damit der Akter weiß, was ist ein langer und kurzer Tastendruck, müsst ihr diese Zeit definieren. Also Mindestdauer ist hier standardmäßig mit 0,4 Sekunden eingetragen. Würde ich in dem Fall so lassen. Und dann können die auch sagen, okay, ich möchte aber, dass nach einem langen Tastendruck dieser blockiert wird. Beispielsweise 100 Millisekunden, 2 Minuten etc. Oder kann den Wert selbst definieren. Da ich es nicht habe, so ein Taster an der Wand, habe ich hier nichts konfiguriert. Dann könnt ihr auch, man hier beispielsweise in Rollladen hochfährt über den kurzen Tastendruck und sagt, ich möchte aber doch wieder runter. Könnt ihr den Befehl von vor unterbrechen, dann müsst ihr sagen, welcher Kanal soll dann hier ignoriert werden. Ist hier alles im Detail erklärt. Da ich es nicht habe, habe ich es nicht eingestellt. Dann kommen wir einmal zur Rollladenmotor bzw. zu den Fahrzeiten. Die sind wichtig. Die Fahrzeiten können je nach Motor automatisch auf Basis einer Kalibrierungsfahrt ermittelt werden. Oder müssen händig eingetragen werden von Motoren, die es nicht unterstützen. Meine unterstützt es nicht. Deshalb muss ich sie händig eintragen. Das Ganze funktioniert so. Die Fahrzeit von unten nach oben ist bei mir 61 Sekunden. Wie habe ich es ermittelt? Ich habe den Rollladen dreimal hochgefahren, dreimal runtergefahren, habe das gestoppt und dann in den Mittel weggezogen. Wie wir sehen, habe ich hier keine 61 Sekunden. Also sage ich Wert eingeben. In Sekunden 61. Dann würde er jetzt 61 Sekunden den Motor mit Strom versorgen. Von oben nach unten sind bei mir nur 45 Sekunden. Passt so. Unterstützt euer Motor diese Kalibrierungsfahrten. Empfehle ich hier die Referenzfahrt einzustellen, die automatische. Ich würde hier 60 eintragen, denn typischerweise fährt der Motor morgens hoch, abends runter. Also zwei Fahrten, 60 durch 2. 30 Tage wären das in Summe. Nach 30 Tagen würde er immer wieder diese Werte hier unten neu ermitteln. Warum ist das von Vorteil? Je nach Witterung dehnt sich das Material aus oder zieht sich zusammen. So kann sich die Fahrzeit auch verändern. Dann haben wir hier unten noch die Zeitverzögerung, bis der Motor anläuft. Also bei meinem ist es so, er wird mit Spannung versorgt und erst nach einer Sekunde fängt er an sich zu drehen. Das habe ich hier mit einer Sekunde. Wird es unterstützt, könnt ihr es auch hier automatisch ermitteln. Dann könnt ihr dem Aktor mitgeben oder ihr müsst dem Aktor mitgeben, wie soll er sich denn verhalten, wann er mit Spannung versorgt wird. Also beispielsweise Stromausfall. Und dann sagt er, nachdem der Strom wieder da ist in der CCU, okay, ich habe den Status, der Motor ist heruntergefahren. Wäre er beispielsweise gerade oben, müsst ihr einmal den Motor runterfahren, wieder hochfahren und dann passt auch der Status in der CCU wieder. Kommen wir einmal zu dem Wochenprogramm. Dazu einmal auf das Plus klicken und dann müsst ihr hier eine Bedingung definieren. Hier könnt ihr zwischen 8 vordefinierten Bedingungen auswählen. Eine feste Uhrzeit, eine Astro-Funktion oder eine Kombination aus allem. Ich gehe jetzt hier nicht im Detail darauf ein. Das habe ich im Blog beschrieben oder schon mal in einem Video zum Homematic Wired Rollladenaktor. Ich möchte die Kombination und hätte das gerne morgens so eine Astro-Funktion, dass er hier immer das Spätere nimmt. Bedeutet, Sonnenaufgang und dann sage ich hier, die Uhrzeit ist 7 Uhr. Das würde bedeuten, die Astro-Funktion sagt, 6 Uhr ist Sonnenaufgang, dann würde mein Rollladenmotor erst um 7 Uhr hochfahren. Wäre die Astro-Funktion jetzt 8 Uhr, dann würde der Rollladen um 8 Uhr hochfahren. Jetzt kann ich hier aber auch noch ein Offset setzen, um die Astro-Zeit so ein bisschen zu beeinflussen. Dann sage ich jetzt mal 10, also es wären 10 Minuten. Die Astro-Zeit sagt 8 Uhr Rollladen hochfahren, dann würde er auf diese Astro-Zeit nochmal 10 Minuten draufrechnen. Also würde der Rollladen erst um 8 Uhr 10 Uhr hochfahren. Die Behanghöhe wäre jetzt hier in dem Fall 0%, das ist bei mir komplett geöffnet. Dann kann ich hier auch noch die Wochentage ausfählen, ich sage jetzt nur unter der Woche. Das selbe Spiel ist dann auch beim Herunterfahren, da möchte ich das Ganze aber ein bisschen anders haben, also das frühere. Jetzt sage ich hier um 18 Uhr und dann muss ich hier sagen, so ein Untergang würde bedeuten, ist die Astro-Funktion bei 19 Uhr, würde um 18 Uhr runterfahren, ist die Astro-Funktion bei 17 Uhr, würde um 17 Uhr runterfahren. Also das selbe Spiel wie oben, nur andersrum. Dann kann ich hier auch wieder die Wochentage definieren. Behanghöhe muss ich hier in dem Fall bei 100% einstellen, wie ihr seht, es sind immer 5% Schritte. Und dann könnte ich ganz viele weitere Schaltzeitpunkte hier definieren. Bei 30 hatte ich irgendwann mal aufgehört zu klicken, ich konnte auch nicht herausfinden, wie viele ihr hier wirklich definieren könnt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen, ihr habt einen Einblick in den Rollladen Akte-Unterputz-Art bekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns demnächst zum nächsten Video. Vielen Dank! Vielen Dank!